Jo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem weiteren neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal hier in dem Video um das Spiel Stranded Deep gehen. Die meisten werden jetzt wahrscheinlich schon wissen, um was es hier geht, denn aktuell ist es tatsächlich so, dass eine Aktualisierung für das Spiel rausgekommen ist und diese Aktualisierung hat wohl einen kleinen Fehler drin, einen kleinen Bug, das es uns ermöglicht, hier relativ schnell die Platin zu bekommen, also Instant Platin und das Ganze sogar kostenlos für PS Plus Extra. Das ist natürlich Voraussetzung, wer kein PS Plus Extra hat, hat das Spiel dann dementsprechend dicht oder muss es sich kaufen, es kostet 20 Euro, aber die meisten werden natürlich PS Plus Extra haben, also gibt es hier mal eine Gratis Platin. Voraussetzung ist natürlich, ihr ladet das Spiel runter und braucht die aktuelle Version von dem Spiel. Das weitere müsste ein bisschen Glück und Geduld mitbringen. Es ist nämlich so, wir müssen das Ganze über Online-Spielen machen. Wir müssen einem Spiel beitreten und müssen das Glück haben, dass A, der Server gerade nicht überlastet oder voll ist, was zur Zeit halt dementsprechend so ist, weil jeder will die Instant Platin haben. Ähm, und wir brauchen das Glück, dass wir bei einem Spieler landen, der die Platin schon hat, denn so bekommt ihr dann dementsprechend auch die Platin. Wir landen dann bei dem auf der Insel und alle Trophäen, die derjenige schon freigespielt hat, bekommen wir dann dementsprechend auch. Wir werden das hier mal probieren. Wir gehen auf Spiel beitreten und hoffen jetzt, dass wir hier direkt schon was finden. Wir nehmen direkt mal den ersten und gucken, was passiert. Wie gesagt, ihr braucht ein bisschen Geduld. Es kann jetzt natürlich sein, dass jetzt hier steht Server voll. Da haben wir es schon. Ja. Und da müssen wir wieder Spiel beitreten. Und ihr macht das jetzt so lang, ähm, bis ihr auf einen kommt. Hier ist der, der ist gut. Wir hoffen, dass der Server frei ist. Bei dem habe ich es eben getestet mit meinem US-Account. Es hat sofort funktioniert. Der Afghan QQ7 hat sogar tatsächlich die Platin. Und wir kommen rein. Sehr nice. Ja, also wir haben jetzt hier recht Glück. Bei dem weiß ich, es wird definitiv funktionieren. Da habe ich es eben getestet mit meinem US-Account. Der hat die Platin. Ihr werdet jetzt sehen, ich bin seinem Spiel beigetreten. Ja, wir warten jetzt hier einfach ab. Ihr seht, es wird jetzt die Welt synchronisiert. Und dann bekommen wir auch dementsprechend schon gleich die erste Trophy. So war es auf jeden Fall eben bei meinem US-Account. Also ihr habt gesehen, ja, direkt am Online-Spiel beitreten. Und dann müsste direkt jemand auswählen und hoffen, wie gesagt, dass derjenige die Platin hat. Sollte derjenige nicht die Platin haben, einfach rausgehen und das Ganze nochmal von vorne versuchen. Ihr seht, da kommt schon die erste Trophy. Ja, ich habe gar nichts gemacht. Ja. Da kommt schon die nächste. Zack. Also ihr seht, jetzt kommen alle Trophys. Ich spiele nicht. Na, ich bin nur bei dem auf der Welt. Der sitzt da ganz gechillt. Ähm, und da ist schon die Platin. Ja, also ich denke mal, dieser Afghan QQ7, wenn ihr Glück habt, geht direkt bei dem drauf. Der stellt sich ja in Zeit momentan zur Verfügung für die Leute, die die Platin gerne haben. Ihr seht, der sitzt einfach nur da und macht selbst nichts. Finde ich eine nice Aktion, wenn es denn so ist. Also liebe Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, hier eine Instant-Gratis-Platin mit PS Plus extra zu bekommen. Stranded Deep. Ihr habt jetzt gesehen, wie es geht. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch recht schnell funktioniert hat und ob es funktioniert hat. Ähm, und wenn das Ganze euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, falls das noch nicht passiert ist und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut und Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.